ja hallo und herzlich willkommen es ist leider ja wir haben es nicht geschafft wir haben es einfach nicht geschafft wir haben beide viel um die ohren da gesmo und ich ich habe jetzt noch die zeit schnell die aufnahme hier zu machen und zwar es fällt leider heute aus das ist übrigens hier die mission wo die ganze zeit buggy war es fällt leider heute aus unser koop es tut uns so was von scheiße leid naja tun wir uns hochwoppen es tut uns leider so was von leid dass wir es nicht geschafft haben aber es ist manchmal wie es sind halt mitten im leben wir arbeiten und machen und tun es ist nicht immer einfach weiter viel um die ohren gehabt und haben gesagt gut dann machen wir lieber unsere eigenen let's plays in vordergrund dann fällt nicht ganz so viel aus dass das jetzt hier schon wieder war keine ahnung vielleicht bin ich nicht von gesprungen dann fällt nicht ganz so viel aus wie wenn wir jetzt unser let's play hier in vordergrund stellen würden gut mehr wollte ich eigentlich auch gar nicht sagen und wir hoffen dass es bis nächste woche schaffen dann wieder aufzunehmen und dann gibt es ein paar neue folgen so ich klette hier noch ein wenig dem turm hoch und halte aber auch schon wieder ab dass wir endlich hier diese buggy mission los sind hier weil gizmo hat sie ja schon gemacht aber irgendwie hat es bei mir nicht anerkannt was er die ganze zeit eigentlich beim koop machen sollte aber er hat nicht getan und deshalb ja was ist gerade mal nach und hoffe dass das hinkriege weil hier so zum hochjumpen das ist nicht unbedingt meine welt also viel spaß wir haben noch andere let's place und man hört sich und zieht sich tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Untertitelung des ZDF, 2020